Hallo, wo ist meine Mutter? Ich hab meine Mutter zu Ihnen gebracht, damit Sie auf Sie aufpassen. Ja, das tut mir leid. Jetzt ist sie nicht da. Wo fahren wir eigentlich hin? In den Schwarzwald, Oma. Ist das Edgar? Ja, sieht ganz so aus. Eine treulose Seele. Verdammt nochmal! Der ist kaputt. Es hat einfach keinen Sinn mit dir. Aber wahrscheinlich fehlt dir auch einfach die nötige Intelligenz. Nee, da kann er nichts für. Der eine hat es und der andere hat es nicht. Ich meine, irgendwas sagt mir, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Wenn du so ein toller Hecht bist, dann musst du einen guten Vater gehabt haben. Was macht der denn da nun wieder? Sollen es halt ja öfter hier? Du stellst mich immer als dämlichen Assi da, der sich um alles im Scheiß kümmert. Okay, also warum bist du hier? Willst du Oma wieder mitnehmen? Das packt euch. Wie geht das mit diesen Dings? Danke. Ich nehme dich eigentlich manchmal in den Arm. In den Schlitzkasten vielleicht. Sag mal, ich spitzst du! Also was ihr mir hier zubutet, mir ist ganz kotterig. Ich nehme meine Teichel! Untertitelung des ZDF, 2020